Okay, also die, das Spiel hat Bugs und die neue Steuerung ist echt, äh, die reagiert nicht, wenn ich die Sprungtaste drücke. Sehr oft bleibt, passiert dann gar nichts, wenn ich auf Sprengen drücke. Oder ich bleib irgendwie in der Wand stecken und spring an Orte, an die ich eigentlich nicht springen soll. Äh, wahrscheinlich, wenn ich das Spiel spielen will, hui, sollte ich mich, äh, sollte ich mich an die alte Panzersteuerung gewöhnen. Dann seh ich das aber eigentlich schon fast als für mich tatsächlich unmöglich, an das Spiel durchzuspielen. Nee, ich glaub, das wird nix. Ach ja, ich guck mal, wie ich da, wie ich damit klarkomme. Etниц surprises. Ach ja, ich gucke mal, wie ich eigentlichtarze drüber. Vielen Dank.